In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man eigentlich eine Marketingstrategie entwickelt. Ob es nun zum Beispiel für dich selbst ist oder wenn du eine Social Media Marketing Agentur starten möchtest, in beiden Fällen musst du einfach wissen, wie man eine Marketingstrategie entwickelt. Ich möchte dir hier einen 4-Schritte-Prozess geben, der den gesamten Prozess strukturieren wird und vor allen Dingen, der dir selbst helfen wird, eine Marketingstrategie nicht nur zu erstellen oder nicht nur zu planen, sondern auch wirklich durchzuführen. Fangen wir doch erstmal mit den Basics an. Welche Dinge solltest du unbedingt beachten? Es gibt praktisch vier Dinge, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Zuallererst mal sollte man ein realistisches Ziel definieren. Realistisch ist natürlich nur ein Ziel, das du tatsächlich auch erreichen kannst. Ich persönlich mag immer ganz gerne das SMART-Modell, das heißt das SMART-Modell, wo man sagt, okay, die Ziele sollen spezifisch sein, sie sollen messbar sein, sie sollen machbar sein, sie sollen results-oriented, das heißt sie sollen an zielenorientiert sein und sie sollen auch ein zeitliches Limit haben. Das für mich sind realistische Ziele, das heißt Ziele, die ich definieren kann und von denen ich weiß, okay, in der Vergangenheit habe ich die bereits erreicht, das sind für mich realistische Ziele und alles, was ich mir, sag ich jetzt mal, realistisch vorstellen kann, auf Basis von dem, was ich bereits erreicht habe, wirkt für mich auch so, wie jetzt könnte ich es erreichen. Dann der zweite Punkt ist auf jeden Fall die Zielgruppe, die wollen wir definieren, wir wollen uns da auf mehrere unterschiedliche Faktoren stützen, wir wollen primor, sekundär und tertier vorgehen und ich möchte dir da, wie gesagt, so ein paar Kategorien geben, die man vielleicht sich mal anschauen sollte. Nicht alle von diesen Kategorien werden auf dein Unternehmen und deine Marketingstrategie zutreffen, bloß ich denke mal, einige werden sicherlich zutreffen. Dann natürlich drittens die Marketingbotschaft definieren, das ist vor allen Dingen interessant für größere Unternehmen, die tatsächlich eine Botschaft haben. Jetzt in meinem Falle, wenn ich zum Beispiel, ja, Marketing à la Wolf of Wall Street machen würde, wird wahrscheinlich kein Mensch mehr überhaupt an mir Interesse haben, genau deswegen mache ich das Ganze auch nicht und dasselbe ist natürlich auch bei großen Unternehmen, sei es denn zum Beispiel eine Supermarktkette, die würde natürlich auch nicht mit so einer Art von Marketing, ja, sich tatsächlich branden, das wäre für die nicht besonders sinnvoll. Heißt also, die Marketingbotschaft, die wollen wir definieren und anschließend dann, und das ist der vierte Punkt, wollen wir uns natürlich nochmal die Marketinginstrumente anschauen und da wollen wir uns auch nochmal mit vier unterschiedlichen Begriffen beschäftigen, nämlich einmal Content Marketing, dann Paid Advertising und dann noch solche Themen wie Growth Hacking und Big Data und da, wie gesagt, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber fangen wir mal zuallererst mit den realistischen Zielen an. Das ist das A und O, wir wollen erstmal realistische Ziele definieren und ich habe da mal so ein paar Dinge niedergeschrieben, über die ich gerne mit dir jetzt drüber gehen würde. Ich denke, es sind wirklich Dinge, die für dich wichtig sein werden, wenn du, wie gesagt, eine eigene Marketingstrategie entwickeln möchtest oder, wie gesagt, eine Social Media Marketing Agentur gründen möchtest. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, nämlich, welche Produkte bietet das Unternehmen an? Wenn du zum Beispiel jetzt für andere Leute arbeitest, wenn du für jemand anders eine Marketingstrategie entwickelst oder halt, wie gesagt, selbst für dich eine entwickelst, willst du alle erstmal zuallererst festlegen, welche Produkte vermarktest du denn eigentlich? Was genau sollen überhaupt vermarktet werden? Ist das eine Facebook-Seite? Ist das ein Produkt, ein richtig physisches Produkt? Ist das ein digitales Produkt? Ist das eine Dienstleistung? Und so weiter und so fort. Das müssen wir uns zuallererst überlegen. Oder ist es kein Ziel dieser Dinge? Ist es vielleicht sogar eher der Aufbau einer Brand? Das heißt, es soll es einfach nur darum gehen, Reichweite aufzubauen und so weiter und so fort. Anschließend dann wollen wir, um uns das Unternehmen ein bisschen genauer anschauen zu können, eine sogenannte SWOT-Analyse machen. Eine SWOT-Analyse bedeutet einfach nur, dass wir uns vier unterschiedliche Kategorien anschauen wollen, nämlich Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Das heißt, wenn wir eine Situation betrachten, wenn wir zum Beispiel betrachten, wie man ein Unternehmen promotet, wie man eine bestimmte Situation, sag ich jetzt mal, Gewinn bringt, für das Unternehmen umsetzt, dann wollen wir uns, wie gesagt, erstmal die Stärken und die Schwächen von der existierenden Marketingstrategie anschauen und vielleicht auch die Stärken und die Schwächen des Unternehmens und des Produktes. Dann wollen wir uns die Chancen und Risiken anschauen. Gerade natürlich beim Marketing ist immer, gibt es eine große Upside, aber auch eine große Downside. Zum Beispiel nehmen wir an, ich investiere 100.000 Euro ins Marketing, ich kriege aber nichts raus, dann habe ich 100.000 Euro verschwendet und die kommen einfach nicht wieder. Das ist natürlich bei vielen anderen Dingen eher nicht so. Wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro Material ausgebe und ich baue aus dem Material nichts, dann habe ich immer noch das Material. Aber wenn ich 100.000 Euro in Facebook-Ads ausgebe, aber nicht eine Ad führt überhaupt zu einem Verkauf, dann habe ich natürlich 100.000 Euro einfach so in den Sand gesetzt und ich kriege die nicht wieder. Und das, wie gesagt, ist gerade beim Online-Marketing immer so interessant, weil man da, wie gesagt, hohe Upside, aber auch gleichzeitig hohe Downside hat. Heißt, eine SWOT-Analyse durchführen, das ist immer das A und O und anschließend dann das Was, Wie und Warum natürlich auch nochmal erklären, nämlich Was, Wie und Warum möchte eigentlich das Unternehmen erreichen? Das heißt, was soll genau erreicht werden? Wie soll das erreicht werden? Und vor allen Dingen, warum soll es erreicht werden? Gerade wenn du jetzt zum Beispiel für dich selbst eine Marketing-Strategie planst, ist natürlich oft das Warum weit wichtiger vielleicht sogar als das Was. Nämlich wenn das Warum nicht stimmt, dann sollte man gar nicht erst zum Was übergehen. Wenn es jetzt aber darum geht, wenn du andere Klienten abarbeitest, wenn du mit anderen Klienten zusammenarbeitest, dann gehen wir davon aus, dass die ganz genau wissen, dass sie das tun wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person zu dir sagt, und die sagt, ich habe ein 100.000 Euro Budget und du hast deine eigene Social-Media-Marketing-Agentur, dann ist es vielleicht nicht besonders sinnvoll zu sagen, nein, danke, ich glaube nicht, dass sie den richtigen Grund für ihr Handeln kennen. Ich werde sie jetzt nicht als Klienten nehmen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht geldgierig klingen, aber so, wenn man ein großes Budget hat und auch viel vielleicht für eine Marketing-Agentur ausgeben kann, dann sollte man sich auch als, sag ich mal, Geschäftsführer einer Marketing-Agentur doch, sag ich jetzt mal, damit auseinandersetzen, ob die Person nicht vielleicht doch oder die Firma nicht vielleicht doch auf irgendeinem Wege gewinnbringend promotet werden könnte. Das heißt, da, wie gesagt, versucht man die Leute zu beraten und so weiter und so fort, aber wie gesagt. Nächster Punkt ist dann Mittel, Konkurrenz und Stellung im Markt. Das sind auch nochmal so drei Dinge, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte, nämlich, welche Mittel liegen denn eigentlich vor? Das heißt, was können wir machen? Können wir zum Beispiel überhaupt ein richtiges Budget ausgeben? Haben wir ein richtiges Budget? Zum Beispiel für Paid Advertising? Oder ist es eher eine Low-Budget-Geschichte? Die Leute können sich vielleicht gerade mal deine Arbeit leisten. Das heißt, wollen wir uns eher auf Content-Marketing fokussieren? Soll es eher Growth-Hacking sein? Das, wie gesagt, steht auch nochmal so im Raum. Dann anschließend natürlich noch die Konkurrenz. Da wollen wir uns natürlich auch nochmal anschauen, wer ist denn noch so im Markt drin? Wer könnte denn überhaupt eine Konkurrenz für uns sein? Welche Produkte, welche andere Firmen und so weiter und so fort. Vielleicht auch sogar Konkurrenz im Sinne der Herangehensweise. Zum Beispiel, es gibt einige Unternehmen, die sehr, sehr smart vorgehen, die vielleicht schon bekannt sind für eine bestimmte Art des Marketings. und vielleicht da, wie gesagt, könnte es etwas unschön wirken, wenn wir genau dieselbe Art von Marketing aufziehen. Und dann natürlich noch die Stellung im Markt. Wo stehst du? Bist du ein Major-Player? Bist du ein kleiner Player? Bist du irgendwas in der Mitte? Und so weiter und so fort. Das ist halt auch nochmal wichtig für dich festzustellen. Da musst du jetzt keine, wie von einem Consultant, sage ich jetzt mal, eine Analyse machen und da wirklich, ja, solche Dinge machen, wie zum Beispiel das 7S-Framework und so weiter und so fort. Das brauchst du alles nicht. Wichtig ist einfach nur, dass du selbst erstmal für dich definierst, was denn überhaupt oder wie ungefähr die Stellung vom Unternehmen im Markt ist oder halt von dieser Personal Brand, wenn du eine Personal Brand betreust. Dann der nächste Punkt ist natürlich die Zielgruppe zu definieren. Das ist auch nochmal sehr wichtig und hier differenziere ich immer ganz gerne zwischen drei unterschiedlichen Bereichen, nämlich einmal primär, sekundär und tertier und danach sprechen wir mit dir nochmal über den Top-Down-Bottom-Up-Ansatz. Kommen wir zuallererst zum ersten Teil, nämlich den primären Informationen. Das sind zum Beispiel solche Dinge wie Alter, Geschlecht, Ort. Das ist auch zum Beispiel, ich finde immer bei Facebook ist das Ganze ganz gut gelöst, wenn man die eigentliche Zielgruppe definiert, weil da fangen wir halt an mit zum Beispiel einem Ort, danach gehen wir über, ich glaube das Alter kommt dann, dann kommt das Geschlecht und so weiter und so fort. Das ist immer ganz gut. Das ist wie gesagt, der erste Teil ist der primäre Teil. Dann haben wir so einen kleinen, sag ich jetzt mal, kleinen Sprung und da kommen wir dann zum sekundären Teil. Das sind dann wirklich die Interessen. Das heißt, man definiert dann, welche Interessen haben die Leute, welche Dinge mögen sie, welche Dinge mögen sie nicht, welche Dinge mögen sie, aber mögen sie vielleicht andere nicht. Also zum Beispiel, dass es da nochmal Verbindungen gibt zwischen bestimmten Dingen, zum Beispiel sei es nun YouTube und Dailymotion. Zum Beispiel, wenn man eine Person fragt, okay, magst du YouTube, aber nicht Dailymotion? Und die Person sagt, ja, dann haben wir hier eine Information, wo natürlich ein Zusammenhang besteht. Wenn eine Person sagt, okay, ich mag YouTube nicht, dann wissen wir noch nichts über Dailymotion. Wenn eine Person sagt, ich mag Dailymotion, dann wissen wir aber noch nichts über YouTuber. Wenn halt wie gesagt, diese Referenz besteht, dann kann das auch nochmal ganz interessant sein, weil dann kann man nochmal tiefer gehen und fragen, okay, du magst YouTube, aber nicht Dailymotion. Warum magst du nicht Dailymotion? Warum magst du YouTube? Also so kann man das Ganze ein bisschen aufschlüsseln. Dein dritter Punkt ist natürlich nochmal Terz hier und hier kommen wir so in den grauen Bereich, sag ich jetzt mal, von Zielgruppen und auch so ein bisschen in den subjektiven Bereich. Nämlich dann geht es um solche Dinge wie Kaufverhalten, Risikobereitschaft, soziale Stellung, Beruf, Beziehungsstatus und so weiter und so fort. Sekundär meine ich deswegen, weil zum einen natürlich, dass Dinge sind, die man schlecht in Zahlen festhalten kann. Sicherlich kann man auch Risikobereitschaft in Zahlen messen. Bloß wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person frage, auf der Straße von 1 bis 10, wie risikobereit bist und die Person sagt 8, ja gut, vielleicht war es aber auch 6, vielleicht war es aber auch 9. Das kann man ganz, ganz schlecht feststellen. Man kann mir zum Beispiel das Alter ganz klar feststellen. Du wurdest, sag ich jetzt mal, vor genau 19 Jahren geboren, du bist 19 Jahre alt. Also das geht ziemlich einfach. Bloß so andere Dinge in wirklich korrekte Zahlen zu fassen und diese miteinander vergleichen zu können, also Referenzwerte auch bilden zu können und Korrelationen bilden zu können, das ist wirklich komplex und das ist halt eher so der tertiäre Bereich, wo man sagt, okay, das sind Informationen, die schlecht zu definieren sind, schlecht in Zahlen zu fassen sind. Und dann nochmal der vierte Punkt, das soll jetzt nicht irgendwie ein Bereich sein, das ist einfach nur mein Ansatz, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt, nämlich Top-Down, Bottom-Up. Nämlich man versucht grundsätzlich beim Marketing, wenn man eine Marketingstrategie entwickelt, erstmal Top-Down zu schauen, das heißt, man schaut sich den Markt an und dann schaut man sich die Firma an oder das Individuum, zum Beispiel schaut man sich an, okay, wie operiert der Markt, welche Marketingstrategien gibt es dort draußen, welche funktionieren, welche nicht und dann geht man auf die Unternehmen und schaut, okay, welche Unternehmen haben denn welche funktionierende Marketingstrategien und so weiter und so fort. Und dann haben wir nochmal den anderen Ansatz und hier gehen wir genau andersrum, das ist dann Bottom-Up, das heißt, wir schauen uns zuallererst das Unternehmen an, wir überlegen uns, okay, welche Marketingstrategien gibt es, passt diese Marketingstrategie tatsächlich zu diesem Unternehmen, wir entwickeln eine Marketingstrategie, passen das Ganze an und dann schauen wir uns den Markt an und überlegen, okay, wie passt diese Marketingstrategie in einen Markt rein von ganz, ganz vielen anderen Unternehmen, die auch alle Marketingstrategien haben, wie schaffen wir es, da unsere eigene Nische zu bilden. Das ist halt, wie gesagt, nochmal so ein wichtiger Punkt. Dann der nächste, dritte Punkt ist Marketingbotschaft definieren und hier wird es wirklich tricky, nämlich eine Marketingbotschaft ist, sagen wir mal so, zu steuern, aber sie kann auch schwer zu steuern sein, gerade wenn zum Beispiel das Marketingteam nicht weiß, welche Botschaft sie vermittelt. Ich meine, wir kennen alle große Brands, die zum Beispiel mal einen Werbespot rausgebracht haben, den die Leute einfach nicht mochten oder wo sie sich einfach nicht von angesprochen fühlten oder vielleicht sogar einen Werbespot, der Hassen ihnen hervorgerufen hat und die Firma dahinter denkt sich dann, mein Gott, wir haben doch nur einen Werbespot gemacht, auf einmal hassen uns die Leute. Das liegt halt daran, wenn zum Beispiel die Firma die Marketingbotschaft nicht versteht. Und genau deswegen würde ich gerne mit dir vier Dinge durchgehen. Zuallererst kommen wir zur ersten Frage, nämlich, was will die Brand denn überhaupt aussagen? Wenn du jetzt zum Beispiel für jemand anders Werbung schaltest oder wenn du für jemand anders eine Content-Marketing-Strategie oder was auch immer aufsetzt, muss man sich fragen, was will die Brand? Was genau wollen sie denn eigentlich aussagen? Wollen sie ein junges, hippes Unternehmen sein oder wollen sie eher vielleicht sich an den Major-Playern orientieren und irgendwie so wirken, wie als wären sie halt schon lange im Markt drin? Das ist auch nochmal so ein Punkt, den man hier auf jeden Fall bedenken sollte. Dann der zweite Punkt ist, für was stehen sie derzeit? Das heißt, man guckt sich hier den Ist- und den Soll-Zustand an. Das ist übrigens hier nochmal der vierte Punkt, nämlich man überlegt sich, okay, was will das Unternehmen, was soll es sein, aber was ist es derzeit? Zum Beispiel nehmen wir an, ich bin jetzt ein Unternehmen, das für ganz, ganz viele Jahre Klamotten hergestellt hat und ich habe bisher nur Klamotten für, sag ich jetzt mal, eher erwachsene, ältere Damen und Herren hergestellt und das ist so ein bisschen eingeschlafen vielleicht, dass, wie sagt man, sag ich mal so, die Brand ist ein bisschen eingeschlafen, ist nicht besonders modern und jetzt auf einmal versuchen wir uns an junge Leute zu richten, da muss man wie gesagt einiges an der Brand tun. Das wäre wie, als würde Chanel sagen, okay, jetzt gehen wir in den Billigbereich rein. Das würde einfach keiner erstmal abnehmen. Zum Beispiel, wenn ich den Namen Chanel höre, denke ich an wunderbare Kleidung, wunderbare Perfüms, aber die auch ein bisschen was kosten. Das sind keine Billigprodukte und da, wie gesagt, muss man sich anschauen, den Ist-Soll-Zustand, wo sind sie derzeit, wo wollen sie hin und vor allen Dingen, wie definiert man dann diese neue Marketingbotschaft so, dass sie der Firma nicht schadet. Nämlich zum Beispiel, wenn Chanel jetzt in den Billigmarkt reingehen würde, würden höchstwahrscheinlich viel, viel Leute, die einfach Chanel auch vielleicht ein wenig, ich möchte jetzt da nicht irgendwelche Vorurteile aufgreifen, aber die Chanel auch einfach tragen, weil es schon einen tollen Namen hat und wenn auf irgendwas Chanel draufsteht, dann weiß man, okay, das hat Wert. Deswegen gibt es ja auch viele zum Beispiel Fake-Produkte, auf denen Chanel draufsteht. Wenn, wie gesagt, nun die Brand komplett diese Nachricht ändert, was macht das mit der Brand? Vertreibt es vielleicht einen Teil des Kundenstammes, der möglicherweise eher diese Hochpreisprodukte haben möchte, weil es da doch irgendwie ein Statussymbol ist? Zerstört das das? Und ich würde zum Beispiel in diesem Fall sagen, definitiv kann es das zerstören. Und dann dritter Punkt, ändert sich die Zielgruppe durch die neue Marketingbotschaft? Das, wie gesagt, war gerade der Punkt. Diese Frage ist auch nochmal relevant für uns. Und dann der vierte Punkt ist natürlich die Marketinginstrumente und ich habe das Ganze mal hier aufgesplittet in vier unterschiedliche Bereiche, nämlich einmal Content Marketing, Paid Advertising, Growth Hacking und Analytics beziehungsweise Big Data. Du solltest grundsätzlich, wenn du eine Marketingstrategie aufsetzt, überlegen, okay, in welchem dieser vier Bereiche bin ich? Und vor allen Dingen, auf welche Medien greife ich zu? Auf welche unterschiedlichen Plattformen greife ich zu? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Bereich Paid Advertising reingehe, kann ich natürlich Google Ads schalten, kann ich Facebook Ads schalten, kann ich Pinterest Ads schalten, kann ich Twitter Ads schalten, kann ich Quora Ads schalten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Frage ist bloß, welche Möglichkeit lohnt sich am besten? Welche Möglichkeit ist denn die beste für eine gegebene Situation? Und das zu können, das meines Erachtens erfordert Wissen und Erfahrung und vor allen Dingen erfordert das auch, dass du ganz genau weißt, worin denn überhaupt die Qualitäten, die Vor- und Nachteile von einem bestimmten, von einem bestimmten Marketinginstrument bestehen. Und das, wie gesagt, kann ganz schön schwer sein. Aber wie auch immer, das war es nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.